Uuuuuhhh nein nein nein, lass mich weg, lass mich weg, 38p, 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 39p, 39p! Nein! Ja, ich builtein nicht lleit mal im ganze Spiel Alte! Hey, hey, hey! Und damit hab Rainer und Herd und heute andernends beim Gelben Noi von Overwatch! Zusammen mit Schildie, Gamer, Koutori, Tarkan. und niemandem anders interessiert Komponkotorie ersten in das Spiel ist zu laut sowie reiten allen Hollywood dass die WB erst mal wieder ab und an wie kann man gut an die dritte der Arme Kree oder Rippen wollen wir an der Masse zu haben ja ich hatte ich hatte vorhin der halte zu gehen mit Rippa hatte mal wie ich hab Kugel ich hab Kugel drückt Geil, Mann! Ich hab euch schon zu gesehen, ihr habt eine Runde gewonnen und dann haben die Gegner zum Bestchen gegriffen. Leute, die haben eine Runde gewonnen? Krass. Ja, ich war der einzige Genie. Meiner nicht. Koto, wir scheißen. Koto starb. Ich tu mal ein paar Sachen schließen. Koto, schau mich an. Ich bin ganz besonders. Ich bin über dir. Achso, Leute. Boah, Julian. Julian, wieder diese Hacker mit der Maske. Ich hab 150 FPS und es lag irgendwie. Also bei mir in-game. Na, wenn wir die Spritze haben. Ich will einmal 6 werden in Overwatch. 6 Primates. 6 Primates. 2-deutig. Ja, 6 Primates ist richtig 2-deutig, ihr müsst ihr recht geben. Das ist für ein 6er, ja. Oh, ich bin eherrücklich. Ah, ich bin eherrrmüller. Oh, ich bin eher rülpiger. Das ist ein Synonym. Ich mach das, Alter. Uiiiiiii. Loih. Oh, die haben ganz vieleтобelte. Was haben die denn alles? Ach, dann sieht man es jetzt. Okay. Okay. Nein! Nicht angreifen! Nicht angreifen! Böse Leute! Böse Böse Leute! Antwort! Die haben zwei Bastions! Ne, haben die gar nicht, lol. Die waren geschützt. Okay. Ich hab ne scheiße genommen. Haben die überhaupt einen Bastion? Ich dachte einen Bastion haben, den hab ich getan. Viele böse Leute greifen uns an. Okay, passt. Ich hab 11 Cent. Nee, geht nicht. 11 Cent. Ich stehe 1 zu 0, lol. Ich hab doch die Kunde endlich. Mit meinem neuen Bougari. Kommt mal irgendwie auf meinen Gmail-Account. Also äh, auf meinen Origen-Account. Unser Bougari hier. Easy. Kommt mal ein Bougari. Da komm ich nicht hoch. Dammit. Mann, komm her du. Oh, da sind ganz viele bösen Leute. Oh, da sind ganz ganz viele bösen Leute. Hiiii. Ja, du Lot? Ja, du Lot. Ja, ich bin grad... Ich weiß nicht... Ich bin grad glaub ich nicht auf so nem Mond. Ah, leute dahinten. Ah, man... Da sind die Camper... Gäber! 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 Gäbera! Gäber! Scheiße! Ist weg! Moment, Moment. Warte, kommt nicht kurz... Bäm hier drin, ne, komplett. Okay, vielleicht nicht. Dann machen wir jetzt hier, best schon weg. Tschüss. Wer hat denn jetzt zu killen? Wurde der Helde. Was stehst du hier rum? Ich stehe hier 4-0. Ich will nicht sterben im Spiel. Ich bin kurz davor Julian zu spielen. Will Julian zu spielen? Weeper oder was? Ich stehlen und mach nix. Ja, Mai ist geil. Mai ist eh geilste. Dein Zuhörer hat sein Headshot geben. Ja, ich glaub nicht, Gamer. Ich komm jetzt hin, Alter. Killswick für den Spieler ohne zu sterben, LOL. Gamer hat es an. Gamer hat es wieder an, nicht mehr. Gamer hat es ein bisschen X-ray für euch. Uh, das war knapp. Zu knapp. Er hat mich mal weg gespast, Alter. Ja, ich wollte Leute töten. Ich bin ein Reaper. Ich darf nicht drücken. Ich find gut, dass du mich immer heilst, weil ich brauch das. Ich werd angegreift. Meine Stimme ist weg. So, wir ranken jetzt von hinten. Achtung, Tori. Jetzt kommt der Ultra-Skill-Move. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung. Ich hab kein Ulti, aber wenn wär auch geil. Ah, ich Fusswick! Dankeschön. Lebst du noch? Ich lebse. Weckes nicht mehr. Lassся, rück ist, rück ist,, also wenn. Hilfe. Okay, danke. Holy Shit! Ah, ich wuss ich weg! Achtung! ich bin nicht gestorben im ganzen spiel alter alter holy shit alter was die geile runde mann was war das was war das ich habe nichts anderes gemacht was war das denn jetzt bitte für ein highlight hab ich besseres gehabt hatte ich immer besseres und ich bin nicht auf der liste ich bin nicht auf der liste und mann aber heilung ihr könnt ihr könnt kultur überwichtig umal juli anbieter 3 20 m und nur ich stehe 10 0 k ich stehe ich stehe wenn er die minierung wenn man den meisten schaden macht weil rein hat sich die ganze zeit da hochgeschädigt wurde also geben so verteidigung hollywood ja dann spiele ich julian wir mal was du bist einfach geil mann mike warte mann wirklich meinten auf der map kann man als meine ganzen weg blockieren muss aber nur dauerst ja das mega geil ist einfach nur dauerhaft die band die kommt die könnte ich mir auf und schießen meist aber erst dann op wenn jetzt auto schon bewegt haben was egal vorher können wir auch schon blockieren ist mehr geil zu viele gleiche helden keine konstrukteur kein scharfschutz keine text ist egal weil es stehen da sechs waren es sind sechs sachen ja nur die scheiße sind aber egal ja wir haben ja wir haben egal ob die deckel ob es sechs will verschiedene sachen fehlen wir haben nein einer hat beleidigt ja wenn man sich das auto bewegt mal gut sein dann ist sie krass op warum weil man dann immer morgen kann die können nicht angreifen du weißt schon dass das auto einfach die mauer kaputt fahrt ja nein aber wenn man sein leben natürlich nicht um das auto abzuhalten juli was macht der ripper wenn man schiff drückt der ripper ja ich hab's umgelegt äh greif dich nicht ein kannst du nicht angegriffen werden und schüttest du umher der letzte runde am besten nun was macht man mit e ah da kann ich mich hin und teleportieren so und lass mal direkt mauer vor deren spawn planten ja jetzt hab ich nicht hochgeklaut egal affe einfrieren affe einfrieren affe einfrieren das wird so nervig für die ne wenn man die ganze zeit einfriert hallo ich wurde geheadshotet oh fast die sind drei leute neben mir warum sind hier drei leute neben mir mann weil wir bei der riecht haben ja das ist mir schon klar ich meine wo wart ihr alle ich war tot wir haben hier so schwierige skillshots getroffen und dann mit einem schwierigen autotext na Tracer wie geht's denn nun ich hab'n Hälfte-Kaffee von Tracer ist oben drin oh shit hier ist auch oh hier sind ganz viele leute es bringt gar nichts nein ich bin tot von Genji ja es bringt wirklich nichts wenn wir drei Meils haben doch später schon auf jeden Fall eine Sache musst du bei Overwatch werden hör niemals auf Julia der erzählt nur scheiße hat der Maul was stimmt doch außerdem ist es drei Meils richtig lustig und für den Gegner so nervig weil sie sich nicht bewegen können die ganze Zeit fuck mei guck mal die schreiben schon fuck mei sie sind angepasst das ist ein Gegner oder das ist ein Gegner ja ja den hast du mal nicht gelegen ja ja deswegen könnt ihr als drei Meils nicht in einen Flüter verteidigen doch gut doch gerade ich mach ihn einfach als Eisklotz einfach nur Eisklotz was wie lange hält das noch an jetzt gar nicht mehr was macht ihr denn ich kann doch auch nicht alleine irgendwas machen doch gut schon wieder ey ich hab keine Mime komm alle hier her wuh wir müssen doch erstmal hier reinkommen als Mai aber dann wird's geil so Kotori jetzt kommt Wandtaktik nur die ganze Zeit Wandpläne die ganze Zeit ist wichtig ja Leute das kleines Äffchen wie süß ich glaub ich fiel den anderen ja nein ja Rotor doch Rotor ja muss halt alleine muss ich halt alleine meine Kommanden ja ist okay jetzt geht das alle 8 Uhr gleich mal Rotor ich hab da sind ganz viele Leute eingefroren Triple Rotor wirklich ganz viele Leute eingefroren ja nice ich hab ein Double Kill gemacht im Quadrat stand bei mir auch kein Quadrat also wurde mir gesagt wartet auf mich Leute wartet auf mich Hi Game Man aber wie geht's dir so Fries 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 das ist ja nicht so dass ich den grad eben aus der Luft gehuckt hab und der dann irgendwie wieder weg konnte so ein Arschloch oh halt die Klappe mit deinem Soliden Beat da hinten steht der rum ich kümmere mich mal ganz kurz um äh Soldier hoffentlich ich hab deren Heiler getötet äh haben sie sie haben mich dreimal Rotor sie wir haben dreimal Rotor wir haben dreimal Rotor heiste heiß Affe ich ich fahr kurz das Auto zurück und der oben böse ich brauch dich ja Klappea Julian nein 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 komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon heil dich heil dich dankeschön was bin ich eigentlich so low schon wieder AAAAAAAH war grad ein Soldierer lass mich mich heilen lass mich mich heilen lass mich mich heilen lass mich mich heilen Alter Schaden Herr hat ja entangled an Aja der hat ja entangled auf die Wolk die alter fünf Leute stehen vor mir fünf Leute sechs sie sind alle beim Auto What the fuck aber jetzt kommen wir mit einer 3er armee oder wie viel auch immer ihr gerade seid ja drei leute kommen jetzt macht ihn ja ich lege gleich mal meine ulti aufs auto sobald ich sie hab ne sind die alle eingefreezed oh jetzt schlecht ich bin im mitten der feindlichen linien also eigentlich da wo auch noch wir sind sollten aber egal sniper ist da oben glaubt dass du auch entweder unser oder deren sporn wenn es versucht es mal ganz kurz rauszufinden dass unsere ist dann die ich muss wieder zurück in den kampf wenn das so ein roter kreis ist mit einem der durchgestrichen ist dann ist es deren ich bin ich glaube es ist einfach nur ein sporn local signalisiert oder deren sport nur ich habe tracer aber weggesnipen man kann die sniperin weggesnipen wenn man mei hat zum beispiel also man halt so richtig gezielte schiff machen kann man kann auch die sniperin mit genji tönen ja sag ich ja nicht aber ich habe kein genji schrott der legt wird gern nicht die ganze zeit sterben dankeschön ich würde auch nicht die ganze zeit sterben wenn ich habe die rüstung gegeben ich habe und ich habe eine nötigkeit aufs auto problem immer irgendwie bestellt wird irgendwie bestellt über bestellt jetzt stirbt dann haltet sie mal auf abkühlung abkühlung ist bereit du hast mich gerade umgebracht mit deiner wand hä läuft so leid ich habe wieso ist jetzt da irgendwer noch steht sorry oooohh sniper super ruhig schlecht oh fuck oh fuck best schon meinst du ja ich wollte jetzt auch nochmal best schon nehmen oh fuck das war das war doof das war ganz hoher ohne ja ich hab mal getroffen nerfe jetzt hark 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 der ist wahrscheinlich nicht ja aber oooohh skill hark 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 hier ist er will eigentlich von den gegnern das ist wichtig ja geht ein bisschen das ist wichtig achten sekunden einfrieren ist so schlecht hark 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 hark